Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, in Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir retten erstmal jemanden hier aus dem Wasser, das kann ich immer nicht sehen, wenn hier Leute einfach rumeiern auf dem Flos und wir dann da tatenlos dran vorbeifahren. Ja, wir müssten unsere Crew nicht auffüllen, aber wir können es halt trotzdem machen und tun es dann auch. Kein Problem. So, wir sind auf dem Weg zu diesem viel beschriehenen Fonds und wollen natürlich dieses Fonds knacken. Das wird aber nicht leicht, denn es ist schwer verteidigt. Immerhin sind wir jetzt nicht mehr gesucht, das heißt, Wahrscheinlichkeit, dass wir hier... Oh, wir sind gerade in so einer Windböe. Der Mobile Spin-Off, der dann auf dem PC rauskam. Welcher war denn das dann? War das Liberation zufälligerweise? Ich bin mir immer nicht so ganz sicher, welcher da welcher ist, von diesen Offspring-Dingern quasi. Ach ja, wenn man sich überlegt, wie lange man alleine hier schon... Jetzt haben wir einen liegen lassen hier leider. Jetzt fahre ich aber auch nicht mehr zurück. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da hätte man jetzt hier noch eine Truhe mitnehmen können. Aber ich will jetzt zum Vor, ich will das jetzt hier angreifen. War Liberation, siehste? Genau. Das war, glaube ich, das mit der Sklaverei-Thematik oder so, ne? Mag mich jetzt aber auch täuschen. Und der erste mit einer weiblichen Hauptfigur, genau. Richtig. Ja, Assassin's Creed habe ich auch, wie gesagt, noch viel... Ach, das war ein DLC hier für Black Flag, ne? Genau, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. So, es geht los, liebe Leute. Oh, Mann. Oh, Mann. Ah, ich würde ja gerne umdrehen, aber es geht nicht. Ich muss zielen. Mist. So war das nicht geplant. Okay, den haben wir. Schön. Jawohl. Oh. Oh. So. Okay, haben wir auch ungut. Sehr schön. Da ist jetzt nicht mehr so viel übrig, aber wir haben auch schon gut eingesteckt. Äh, Mist. Okay. Guck mal, auch weg. Sehr schön. Fünf von sechs Verteidigungen zerstört. Mist. Welcher war der noch? Ach, hier, der einer Tower. Komm, wir haben ja noch Mörser. Yes! Das VOR ist kaputt. Ah ja, bin ich mal sehr gespannt, Pando, wenn ich das mal tatsächlich auch hier im Stream in ein paar Jahren spielen kann. Oh Mann, wir haben echt gelitten, aber wir haben es geschafft. Wir müssen jetzt natürlich noch die Festung komplett erobern. Ah, das war doch erfolgreicher als beim letzten Mal. Muss ich einfach wieder einfinden hier. So, ich werde jetzt einfach mal... Äh, können das Ruder nicht verlassen in einem Konflikt, ja. Wir müssen wohl... Hm. Ja, ich weiß nicht, ob ich so die Kette überspringe. Ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen... So, jetzt haben wir die beiden kaputt. Das müsste doch eigentlich reichen, oder? Ja, jetzt können wir das auch wieder ansteuern hier. Ich hab schon gedacht... Feuerfässer voll. Die nutzen wir so gut wie gar nicht. Vielleicht krieg ich das ja mal hin. Halten für Andocken. Okay, machen wir. Ja, ne, ist schon... Ja, meinte ich, wenn ich Unity überspringen würde, aber... Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob ich... Ich weiß halt nicht... Also, ich weiß, dass das Spiel es wirklich stark übertreibt, ähm... Wenn es darum geht mit den ganzen Nebenaktivitäten und Co. Ich weiß auch, dass der Charakter wohl nicht für jeden was sein soll. Ich hab aber keine Ahnung, wie gut oder nicht gut die Story ist. Ob sich das wegen der Story alleine lohnt, durchzuspielen. Und man dann wirklich sagt, wir machen gar keine Nebenaufgaben. Nur den Story-Kram. Und nur das Allernötigste, was man wirklich machen muss. Ähm... Das ist ja selbst auch hier schon so, dass ich jetzt sage, ich mach jetzt nicht jeden kleinen Sammel-Quest-Gedönskram, weil mir das dann einfach auch zu heftig ist. So, wo sind denn die Offiziere? Da hinten irgendwo. Hallo? Äh, was mach ich jetzt hier? Doofen Quatsch. What am I doing? I don't know. Oh Gott, ich bin so schlecht. Natürlich, das Kampfsystem ist jetzt auch überhaupt nicht mehr drauf. Und das ist natürlich unwünstig. Vor allem bei so vielen Gegnern hier. Fuck. Okay. Ich müsste mich jetzt mal heilen. Aber das geht dem Kampf natürlich nicht. Dementsprechend ist jetzt hier Essig. Ein Offizier haben wir irgendwie getötet. Irgendwie. Sagt, ich weiß auch nicht genau, wie. Okay. So, nachladen im Laufen. Alles klar. Haben wir gemacht. Haben wieder zwei Schuss. Vielleicht reicht das ja. Jawoll. Wir müssen doch den Kriegsraum erreichen. Der hier ist im Übrigen. Nein! Wie komme ich denn jetzt weg? Ich habe keine Ahnung. Mano. Ich weiß es nicht. Eine Waffe auszuwählen. Ja, aber ich hatte doch schon eine Waffe. Mit X? Eher mit X wäre es gewesen. Okay. Warum auch immer ich jetzt nicht gestorben bin. Na gut. Sie haben sich ergeben. Immerhin. Dann können wir es jetzt abschließen. Okay. So, wir können... Wartet. Nachladen war mit Y. Okay. Das ist klar. Man hat begrenzt Munition. Auch das ist mir klar. X ist jetzt Angriff, glaube ich. Genau. Ich kann mit dem Steuerkreuz dann auswählen. Schwerter USW. Okay. Ach, diese Steuerung. Wenn man das so lange nicht gespielt hat. Das ist echt... So, den Kommandanten eliminieren. Ja. Gut. Da können wir natürlich mit dem versteckten Klingen arbeiten. Guck mal. Ich möchte dich umarmen. Bitteschön. Der Arme, ey. Naja. Ja, wobei. Wir wissen ja nicht, was der vorher so angestellt hat. Ja, neues Spanisches Fond erobert. Alles in Flammen. Eine neue Operationsbasis. Man Unity nur auf Hauptstrategie geht okay. Ja, vielleicht ist das wieder so ein Ding. Ich weiß es halt nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es wieder so ein Ding, das einfach ziemlich mittelmäßig wahrscheinlich ist. So ein typisches, ich weiß nicht, kann man das mit Mass Effect Andromeda vergleichen? Oder ist das ein Vergleich, bei dem Unity dann doch erheblich besser wegkommt? Ich weiß es nicht. Also Andromeda ist für mich auch das typische Beispiel, wie man ein durch und durch mittelmäßiges Spiel herstellen kann, das aber durch sein Vermächtnis natürlich dann mit einem mittelmäßigen Spiel total durchfällt in der Gesamtbewertung, weil einfach die Vorgänger erheblich besser waren. Und das natürlich dann nicht gut ist. Genau, heißt ja auch nicht mies, so Durchschnitt halt. Genau, das meinte ich damit. Dann ist es das wahrscheinlich, ne? Naja, wir könnten mal diese Pinus-Isle hier mal uns zu Gemüte führen, bevor wir hier in der Hauptmission weitermachen, weil das sieht ja nach so einer Maya-Stätte aus oder so. Ja, das war so das, was ich ungefähr mir dazu nämlich auch gedacht habe. So, können wir beim Habermeister, äh, Habermeister, genau, beim Hafenmeister irgendwas einkaufen. So, Schiff reparieren. Jetzt können wir es machen für 130 Reales. Sehr gut. Verkaufen. Wir haben jetzt natürlich wieder einiges an Zeug, ein bisschen Zucker, ein bisschen Rum, das lohnt immer. So, den Rest behalten wir selbstverständlich. Kaufen. Upgrades, Munition auffüllen, auf jeden Fall. Das kostet etwas, aber das ist wichtig. Auch die Mörser füllen wir auf. Sehr gut. Feuerfässer waren schon voll. Gut. Dann können wir uns auf die Reise machen, auf dem Weg. Oi, Kenway. So. Ja, es war Rumgucken auf leer wirkenden Karten. Das Spiel, wenn man sich da mal eingelesen hat, hat ja eine unglaublich schwierige Entwicklungsgeschichte hinter sich gehabt. Upsala, jetzt bin ich mal in mein Mikro gekommen, sorry. Ähm, und das hat überwiegend natürlich dazu beigetragen, dass es ein ziemlicher Flop geworden ist. Also, ich bin mir ziemlich sicher, das Team, was dann nachher das Spiel zu Ende gemacht hat, die waren mit Sicherheit bestrebt, das noch irgendwie zu retten und es zu einem so gut wie möglichen Produkt zu machen. Aber das Grunddesign war so megalomanisch angelegt, also so unglaublich zahlengetrieben. Ja, du kannst jetzt hier x viele Welten sollst du ansteuern können und auf allen sollst du tolle Dinge tun können. Und wenn du schon so mit einem Grunddesign in eine Spieleentwicklung gehst, für die du nur wenige Jahre Zeit hast in der Regel, dann ist klar, dass daraus nichts Vernünftiges werden kann. Und dann gab es ja die ganze Geschichte mit der EA-Politik und es war schon klar, dass da nichts Gutes bei rauskommen kann. Nur, ja, ist trotzdem schade, wenn man dann diese seelenlosen Welten dann sieht. Schade. Ach ja, genau, die Engine-Geschichte spielte da auch eine große Rolle, hat Pandorecht, ja. Die Engine-Geschichte hat das Spiel auch ziemlich behindert in der Entwicklung oder die Entwickler vielmehr. Ja. Ah, hallo, Osling, hi. Ja, Anthem ist ja auch ziemlich, ziemlich in den Orkus gefallen. Wohl auch ziemlich zu Recht, ne? Ein Spanier, der hier alleine unterwegs ist. Wohl jemand Lust. Wohl jemand Lust. Ich seh nix. Oh, ich seh fast nichts. Hilfe. So, aber das müsste klappen. Oh, wir können das Schiff entern. Aua. Aber er hat nochmal gefeuert, der Arsch. Oh Gott, ich will wenden, aber es geht hier nicht. Oh Mann. Na gut, dann lass uns mal das Schiff entern. So, aufmachen zum Entern, liebe Leute. Kundschaft. Oh Gott, dieses Ruckeln immer beim Entern, ne? Das ist... Ums. Drei. Kundschafter, 0 von 2. Wo sind denn die Kundschafter? Sind das die hier? Oh Gott, daneben. Warum trifft der nicht? War auch kein Kundschafter, war. Um Himmels Willen. Wir haben ganz schön schlecht performt. Egal. Müssen wir es halt so regeln. Okay, mit B war Kontern angesagt. Ah. Das ist so schwierig. Ah, ich kann nicht richtig Kontern. Ne, das ist echt blöd. Ja, jetzt aus dem Kampf fliehen ist natürlich ganz besonders toll. Bei einem Enter-Manöver hier. So. Jetzt war die Crew töten. Den Kundschafter weiß ich immer noch nicht. Waren die oben oder so? Die waren, glaube ich, oben, ne? Ich glaube, die Kundschafter waren oben. Lasst uns mal gerade hochklettern. Ach so, hier kann man nicht hochklettern. Ja, die waren da oben. Das ist natürlich schön, dass ich mich daran nicht mehr erinnert habe. RT, jawohl. Einmal hoch, bitte. Du bist schon mal weg. Und du folgst, wenn ich hier mal hochkomme. Dieser Move. Yay, wir haben gewonnen. War jetzt nicht ganz so wie geplant, aber. Das sah gut aus. So, geplünderte Beute ist auch klar. Ich würde sagen, wir reparieren die Jektor damit eindeutig. So, Schiff versenkt. Beute gemacht. Sehr, sehr gut. Damit können wir jetzt endlich auf diese Insel hier drauf. Komme ich hier eigentlich hoch? Ach, da drüben ist nochmal so ein Schiff. Ne, das will ich jetzt aber nicht angreifen. Wie, dass der Held seinem Ruf gerecht geworden. Ja, genau. Knapp. Aber es hatte klappt. So, ich mache dann mal das Beiboot. Im Alleingang. Captain Overboard, genau. Ich möchte nämlich mal hier entlang klettern. So, in diesen Ruinen hier. Pinus Eil. Es gibt hier zwei Maya-Stelen. Einen Aussichtspunkt. Den werde ich vielleicht als erstes gleich ansteuern. Gucken wir mal. Hier ist gleich schon so eine Stele. Truhe. Hier unten war ein Fragment. Ja, das ist ja nicht ganz so wichtig. Aber ich glaube, der Aussichtspunkt, der muss schon angesteuert werden. Hier von uns. Da komme ich nicht hoch. Aber hier auch nicht. Moment, ich kann ja einmal hier lang. Ja, genau. Und dann kann ich hier hoch, ne? Ja, exakt. Und hier sind wir jetzt. Muss ich das unten bewegen? Warte mal, wie ging das nochmal? Das ist jetzt alles hier für mich quasi wieder Neuland. Und da hinten habe ich noch das Fragment gesehen. Das nehmen wir auch schon mal mit. Wo wir gerade schon mal hier sind. Ach, da muss ich runterspringen. Ja, nee, das ist natürlich jetzt gerade doof. Da muss ich den ganzen Weg wieder hochklettern. Wie konnte ich das Ding denn jetzt hier damit interagieren? Hoch. Ah, wenn ich oben bin. Alles klar. Und jetzt müssen wir hier... Denke mal so irgendwie. Ja. Und dann wird in der Mitte hier das Ziel deutlich. Und jetzt macht es auch Sinn, nach unten zu hüpfen. Müssen wir zwar gleich trotzdem nochmal hochsteigen, aber... Ich glaube, wir machen das. Nicht, dass wir es nachher wieder vergessen. Ich kenne mich ja. So. Hui! Fragment! Auch wenn es nicht so wichtig ist. Und hier drüben gibt es dann etwas auszugraben. So, wieder ein Steinchen eingesammelt. Genau, einen von zwei Maya-Steinen haben wir hier geholt. Das können wir ja auf dieser einen Hauptinsel in diese Tür einfügen. Und ich glaube, auch erst dann wird da so richtig sich was tun, wenn wir da alle gefunden haben. Das dauert natürlich noch. Klar. Okay. So. Hier geht es wieder rauf. Irgendwo ist hier noch eine Truhe angeblich, aber... Wer weiß wo. Ich werde erstmal hier zum Aussichtspunkt schreiten auf dieser Pyramide. Das sieht ja hier wunderbar aus. Guckt euch das mal an. Das nenne ich mal ein tolles Panorama hier. Schön. Oh, hier war eine Truhe. Die nehmen wir nochmal gerade mit. So, für ein paar Reales. Das lohnt sich ab und zu einmal. Da hinten ist auch noch ein Fragment. Das können wir uns gleich auch nochmal im Vorbeigehen mitnehmen. Da oben ist irgendein Tier übrigens. Das sieht aus wie ein... Jaguar. Ein schwarzer Jaguar oder sowas. Aber wir gehen jetzt erstmal hier zum Aussichtspunkt. Sehr schön. Und jetzt können wir mal auf die Karte gucken und sehen, was hier noch alles ist. Nämlich hier die Maya-Stele. Genau, da drüben ist der schwarze Jaguar. Dem möchte ich jetzt eigentlich weniger begegnen. Aber die Maya-Stele, die möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. So, physikalisch sehr unkorrekt fliegen wir hier durch die Luft. Aber egal. So, da hinten ist die Maya-Stele. Und dann versuchen wir mal hier hoch zu klettern. Jawohl. Und dieses Mini-Rätsel hier zu lösen. Oh, das ist ja ein bisschen komplexer. Aber sollte machbar sein. So nämlich. Ha! Das geht ja ruckzuck. So. Dann würde ich sagen, runter mit uns. Und ausgegraben das Maya-Steinchen. Oho. Schwarze Panther. Es sind sogar zwei. Da möchte ich mich nicht unbedingt drauf einlassen, auf diesen Kampf. Das kann ja nicht immer gut gehen, ne? So, aber dieses Fragment, das nehme ich mir gerade nochmal mit. Sehr schön. Die Schatzkarte da hinten holen wir uns dann auch direkt noch. Theoretisch haben wir hier noch einige Truhen liegen lassen. Aber ist jetzt alles nicht mehr ganz so dramatisch wichtig. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf zur nächsten Hauptmission. Aufgeblasene Bastarde. Wie gesagt, vorher sammeln wir noch ein bisschen was ein. Unter anderem. Oh, guck mal. Eine Schatzkarte. Der gute Mann wurde offenbar erschlagen. So, was haben wir denn hier? Drei, zwei, sieben, drei, drei, vier. Ja, mit den Schätzen, da müssen wir uns eigentlich auch nochmal auseinandersetzen. Aber zunächst will ich jetzt erstmal hier noch ein paar tun. Bergen. Bevor es weitergeht. Nehme ich diese hier. Aha, wir haben wieder ein bisschen Kugeln aufgefüllt. Das war auch mal nur nötig. Und noch ein paar Reales. Sehr gut. Ne, da wollte ich jetzt nicht hoch. Kannst gerne den Abwärtsweg benutzen. Denn jetzt geht's ins Wasser hinein. Super. Und hier unten ist noch eine Truhe. Die nehmen wir auch nochmal mit. Die hatte ich vorhin, glaube ich, übersehen. Die steckt hier irgendwo hinter der an der Mauer quasi. Wer auch immer hier eine Truhe stehen lässt, Ah, vielleicht war das ja mal ein abgeschlossener Raum. Wer weiß das schon. So, Teekanne. Okay. Nicht der Riesenloot, aber brauchen wir auch nicht unbedingt den Riesenloot. Was wir brauchen ist eine neue Mission. Nach der Erkundung hier. So. Ja. Beibote sind auch nur für Anfänger. Wir nehmen den direkten Weg. So gehört sich das. Und alle freuen sich, dass wir wieder unversehrt zurückgekehrt sind. Sehr schön. Ja, liebe Leute. Beim nächsten Mal werden wir dann, wie gesagt, zur Hauptstory, zur nächsten Mission fortfahren. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal für diese Folge. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.